hallo freunde heute wollte ich mit euch zusammen gucken wie man einen toyota prius tankt weil ich kenne das eigentlich von bmw ich komme da an und drücke einfach nur drauf und der decke ist auf funktioniert hier nicht ich wollte euch mal eben zeigen wie es geht vorher kurz ab wenn man den schlüssel hat das ist das geniale bei toyota geht es einfach da dran und die tür geht auf wenn ich die tür wieder zu machen hier haben wir einen sensor drauf und die tür ist wieder zu also du musst noch nicht mal drücken muss das eigentlich nur kurz an antischen fertig thema durch das heißt jetzt ist er wieder aufgegangen natürlich weil ich den schlüssel habe in der tasche aber grundsätzlich sagt und man hört das schon die tür müsste eigentlich zu sein genau noch mal drauf und jetzt komme ich ans auto an und die tür ist wieder auf genau so eigentlich geht es darum wie man das auto tankt und dafür haben wir hier ein hebel steht auch ganz groß dankstelle drauf und wenn wir da dran einmal ziehen dann sehen wir schon der deckel ist aufgegangen jetzt kann ich alles einmal aufmachen ja ohne wasser schon ein kurzes video hier danke ich toyota prius von meiner seite war es das schon ich danke euch fürs zuschauen und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten video bis dahin freunde danke für eure abos und likes nicht die ich Untertitelung des ZDF, 2020